In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie wir die Nullstellen von Funktionen sowie ihre Vielfachheit erkennen und bestimmen können. Von vornherein einen kleinen Hinweis. Hier geht es nur um die allgemeinen Eigenschaften von Nullstellen. Die Nullstellen von speziellen Funktionen wie Exponential- oder Trigonometrische Funktionen findet ihr bei den Videos im Abspann oder oben rechts unter dem i-Punkt. Als erstes wollen wir uns anschauen, wie man die Nullstellen und ihre Vielfachheit an einem Schaubild leicht erkennen kann. Dafür habe ich diese Funktion hier gewählt. Von links nach rechts gesehen werde ich jetzt natürlich die ganze Nullstelle markieren. Also ich glaube ganz gut erkennbar, wir haben hier ungefähr an der Stelle 0 eine Nullstelle, dann haben wir bei 1 noch eine Nullstelle und dann bei 2 noch eine Nullstelle. So, welche Besonderheiten bringen diese Nullstellen mit sich? Naja, wir erkennen von links nach rechts, hier bei 0 haben wir eine Nullstelle ohne Vorzeichenwechsel. Das bedeutet, wir kommen vom positiven Bereich über die x-Achse und gehen wieder in den positiven Bereich. Das bedeutet, diese Nullstelle besitzt kein Vorzeichenwechsel. Die nächste Nullstelle kommt vom positiven Bereich, schneidet flach die x-Achse und geht nach unten in den negativen Bereich, also die besitzt ein Vorzeichenwechsel. Genauso wie die letzte Nullstelle hier bei 2, die springt auch vom negativen ins positiven Bereich und zwar ziemlich steil und besitzt ebenfalls einen Vorzeichenwechsel. Was hat das jetzt mit der Vielfachheit zu tun? Ganz einfach. Die rechte Nullstelle bei 2 nennt man eine einfache Nullstelle und zwar ganz einfach erkennbar durch die Tatsache, dass sie einen Vorzeichenwechsel besitzt, in diesem Fall von Minus nach Plus, aber es kann natürlich auch von Plus nach Minus sein und sie schneidet ziemlich direkt die x-Achse. Die nächste Nullstelle bei 1 besitzt ebenfalls einen Vorzeichenwechsel, aber sie schneidet flacher die x-Achse. Das ist der Hinweis darauf, dass es eine dreifache Nullstelle ist und auch eine fünffache Nullstelle würde so ähnlich aussehen oder eine siebenfache, nur dass sie die x-Achse noch flacher schneiden. Also so kann man sie unterscheiden. Die letzte Nullstelle bei 0 berührt stattdessen nur die x-Achse, also sie besitzt keinen Vorzeichenwechsel, deshalb ist sie eine doppelte Nullstelle und so ähnlich würde auch eine vierfache oder eine sechsfache Nullstelle aussehen, nur dass sie viel flacher die x-Achse berühren. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie man das Ganze anhand eines Graphen entscheiden kann, schauen wir uns jetzt auch die Ansätze für den rechnerischen Lösungsweg. Wir wollen also die Nullstellen oder die Schnittpunkte mit der x-Achse bestimmen. Dafür müssen wir natürlich zuerst die Funktion gleich 0 setzen und entsprechend dieser Gleichung lösen. Und da fangen meistens die Probleme an. Wir brauchen Ansätze zu lösen dieser Gleichung. Die üblichsten Ansätze sind Satz vom Nullprodukt in Zusammenhang manchmal mit Ausklammern, dann natürlich die ABC-Formel oder die sogenannte Mieternachtsformel und ein bisschen exotischerem Verfahren und zwar Substitution, was meistens auch in Zusammenhang mit dieser ABC-Formel auftritt. Für den Fall, dass nicht nur die Nullstellen benötigt werden, sondern auch die Schnittpunkte mit der x-Achse angegeben werden müssen, braucht ihr natürlich eine y-Koordinate für diese Punkte. Und im Vergleich zu allen anderen Punkten auf der Kurve, wo ihr die y-Koordinaten bestimmen müsst, ist das jetzt hier überhaupt nicht der Fall, da die y-Koordinaten von Nullstellen immer 0 sind. Und hier ist schon die erste Aufgabe. Wir sollten für diese Funktion f die Nullstellen bestimmen. Dann geben sie gegebenenfalls ihre Vielfachheit an und ob sie einen Vorzeichenwechsel besitzen oder nicht. Wie bereits besprochen, werden wir zuerst den Funktionsterm 0 setzen. Das sieht dann wie folgt aus, 3 mal x-2 mal x plus 1 hoch 3 und mal x² soll gleich 0 sein. Was am Anfang als Nachteil aussieht durch diese ganzen Klammern, ist eigentlich ein Riesenvorteil. Diese Funktion befindet sich in einer ganz speziellen Form. Sie heißt Produktform. Wenn das der Fall ist, können wir beruhigt diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Das bedeutet, wenn ein Produkt von mehreren Termen 0 ergibt, dann kann jeder dieser Terme eventuell 0 sein. Und das tun wir auch jetzt hier berücksichtigen. Gut, der erste Term ist eine 3. 3 kann nicht 0 sein. Deshalb schauen wir uns als erstes die erste Klammer an. Und dann haben wir x minus 2 ist gleich 0. Dann formen wir ein bisschen um und somit haben wir schon die erste Nullstelle. x1 ist 2. Genauso verfahren wir auch mit den nächsten Klammern. Da haben wir x plus 1 hoch 3 soll 0 sein. Die hoch 3 stört uns nicht weiter, weil wenn wir die dritte Wurzel ziehen, aus 0 verschwindet das Ganze. Und dann haben wir x plus 1 ist dann entsprechend 0. Und nach ein bisschen umformen haben wir auch die zweite Nullstelle. Also aufpassen mit dieser Hochzahl. Die spielen nicht wirklich eine Rolle für die Nullstellen. Nicht direkt, nicht für die Berechnung. Und die letzte Möglichkeit, die wir noch haben, ist, dass x² 0 ist. Auch hier würden wir dann die Wurzel ziehen und Wurzel aus 0 ist ebenfalls 0. Also das sind unsere Nullstellen. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, wie können wir anhand des Funktionsterms ohne Hilfe eines Graphen erkennen, ob das einfache, doppelte oder dreifache Nullstellen sind. Ganz einfach, wir schauen auf die Exponenten oder die Hochzahlen unserer Faktoren. Also unser erster Faktor, diese Klammer mit x minus 2, hat natürlich als Hochzahl eine unsichtbare 1 hier oben. Deshalb ist das eine einfache Nullstelle. Also ich schreibe kurz hin, einfache Nullstelle. Und sie besitzt natürlich ein Vorzeichenwechsel. Das kann man schön abkürzen mit Vzw. Die nächste Klammer hat eine hoch 3 oben. Deshalb ist das natürlich eine dreifache Nullstelle. Und die besitzt ebenfalls ein Vorzeichenwechsel. Und unsere letzte Nullstelle hat hier als Exponent eine 2. Deshalb ist das natürlich eine doppelte Nullstelle. Und die besitzt keinen Vorzeichenwechsel. Also kein Vzw. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz an, wie das Ganze auch grafisch aussehen könnte. Also hier nochmal die Funktion abgebildet. Genauso wie wir entschieden haben, bei 0 von links nach rechts gesehen, haben wir hier an der Stelle eine doppelte Nullstelle. Dann haben wir bei 1 eine dreifache Nullstelle. Und hier bei 2 eine einfache Nullstelle. Also das war genau die Funktion, die wir uns vorher angeschaut haben. Für einen besseren Verständnis werde ich jetzt noch ein paar kurze Beispiele vorrechnen. Wir haben auch hier eine Funktion und wir möchten ihre Nullstellen bestimmen und die Vielfachheit dieser Nullstellen angeben. Wir werden jetzt erneut die Funktionsgleichung Null setzen. Also wir haben dann minus ein Drittel mal x² minus 1 mal x plus 2 ins Quadrat sind Null. Und auch hier haben wir diesen Vorteil mit der Produktform. Das bedeutet, wir können jeden einzelnen Term Null setzen. Minus ein Drittel können wir ignorieren, weil es kein x hat. Deshalb fange ich jetzt mit x² minus 1. Hier an dieser Stelle kann man natürlich noch ein bisschen umformen. Dann haben wir x² ist gleich 1. Um das Quadrat wegzubekommen, ziehen wir die Wurzel. Und nicht vergessen, beim Wurzelziehen gibt es immer zwei Lösungen. Also eine positive und eine negative Lösung. So ähnlich setzen wir auch die nächste Klammer 0. Die hoch 2 spare ich mir jetzt, bringen tut es eh nicht. Deshalb haben wir x plus 2 ist 0. Und wenn wir die 2 rüberbringen, haben wir natürlich auch unsere dritte Nullstelle an der Stelle minus 2. Jetzt geht es darum, wieder zu entscheiden, was das für Nullstellen sind. Die ersten zwei sind einfache Nullstellen. Also nur weil hier eine hoch 2 steht, das bedeutet nicht, dass die Nullstellen doppelte Nullstellen sind. Also ich fasse mal zusammen. Das sind dann einfache Nullstellen. Und die letzte wegen dem Exponenten hier oben, wegen der hoch 2, ist natürlich eine doppelte Nullstelle. Und natürlich schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal am Schaubild an. So sieht das Ganze aus. Also wir haben ja festgestellt, es gibt eine doppelte Nullstelle hier bei minus 2. Haben wir auch durch die Rechnung. Und dann bei minus 1 und bei 1 haben wir jeweils eine einfache Nullstelle. In unserer nächsten Beispielaufgabe sollen wir überprüfen, ob diese Funktion f die x-Achse berührt. Dafür brauchen wir natürlich wieder die Nullstellen. Und wenn wir eine doppelte oder vierfache oder sechsfache Nullstelle hätten, dann hätten wir diese Gewissheit. Dafür setze ich natürlich die Funktion wieder 0. Also wir haben dann 3x hoch 3 minus 4x² sind gleich Null. Leider haben wir hier nicht so einen Vorteil, dass wir wieder die Produktform haben. Deshalb müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten. Wir schauen zuerst, was diese zwei Terme gemeinsam haben. Sollte erkennbar sein, dass sie ein x hoch 2 gemeinsam haben. Deshalb klammern wir dieses x hoch 2 aus. Und dann bleibt beim ersten Term nur noch 3x übrig. Und bei dem hinteren die minus 4. Und erst jetzt können wir diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt wieder anwenden. Damit meine ich linke Seite 0 setzen. Also x hoch 2 ist 0. Jetzt hier natürlich die Wurzel. Damit haben wir schon die erste Lösung. x1 ist 0. Und auf der rechten Seite müssen wir auch ein bisschen umformen. Zuerst geht die 4 rüber mit plus 4. Dann haben wir 3x ist gleich 4. Und dann geteilt durch 3. Somit ist x gleich 4 Drittel. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, ob einer dieser Nullstellen eine doppelte Nullstelle ist. Oder ein Berührpunkt ist. Und das ist die erste, wegen der x hoch 2. Also wir können auch hier schreiben, doppelte Nullstelle. Und das ist natürlich unser Berührpunkt. Und die hintere Nullstelle, nur so, ist eine einfache Nullstelle. Wir schauen uns jetzt das Ganze nochmal anhand von diesem Schaubild. Gut erkennbar. Bei 0 haben wir eine doppelte Nullstelle. Und bei ca. 1,3, was eigentlich 4 Drittel ist, haben wir eine einfache Nullstelle. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Im Abspann findet ihr noch weitere Tutorials. Zum Beispiel für die Bestimmung von Nullstellen mit Substitutionen oder anderen Lösungsansätzen. Außerdem kann man mit Hilfe von Nullstellen auch Funktionsgleichungen, vor allem für ganz rationale Funktionen aufstellen. Auch andere markanten Punkte des Schaubildes sind wichtig, wie Extrempunkte, Wendepunkte und Sattelpunkte. Sowie natürlich die Nullstellen von Exponential- oder Trigonometrische Funktionen.